Ich bin Marie-Therese Böttger. Ich habe ein Trainee-Programm gemacht 2019 von Oktober an und habe mich dann weiterentwickelt aus dem Sales-Bereich raus hin zur PR und Kommunikation. Ich bin Giuseppe Ufer und ich bin Jack Mofer. Wir machen eine Ausbildung zum Fachinformatiker für Systemintegration. Die Ausbildung ist sehr vielseitig, bildet sich hier in jeglichen Bereichen weiter und vor allen Dingen macht es auch sehr viel Spaß. Mir gefällt, dass die Mitarbeiter sehr engagiert sind, hilfsbereit, immer freundlich sind, dass sie auch mal eine vermeintlich blöde Frage, die auch mal beantworten, auch wenn du sie schon das zweite oder dritte Mal gestellt hast. Das ist alles kein Problem. Ich bin Nadine Buda. Ich bin duale Studentin bei DELM. Ich habe mir anfangs Gedanken gemacht, dass aufgrund meines fehlenden technischen Verständnisses, dass es hier ein bisschen kompliziert werden kann, aber das ist halt gar nicht so. Du musst Spaß haben, du musst neugierig sein, du musst Fragen stellen und wenn du das tust, dann stehen dir eigentlich alle Türen offen. Du musst halt ehrgeizig sein, du musst dranbleiben und da, wo deine Interessen hingehen, dann kannst du dich dahingehend auch entwickeln. Wir haben ja nicht nur Trainees in Deutschland bei DEL Technologies, sondern auch weltweit tatsächlich. Und da hatte man auch spezielle kleine Projekte miteinander und so kam man auch sehr schnell in den internationalen Austausch. Und das war auch für mich tatsächlich ein sehr, sehr großer Vorteil, einfach nochmal zu sagen, ich kann über den Tellerrand hinaus blicken und bin nicht nur auf beispielsweise Halle an der Saale beschränkt in Anführungsstrichen. Dell Technologies – Hier bin ich richtig! Bis zum nächsten Mal.